Sie haben ein schmutziges Hausdach und das soll sich ändern? Dächer sind starker Witterung ausgesetzt. Nach einigen Jahren setzen sich Algen und Mose fest, welche sich dann unaufhaltsam vermehren. Neben der unschönen Optik können Ziegel nicht mehr richtig auftrocknen und der Wasserablauf ist gestört. Nun werden häufig Hochdruckreinigungen angeboten. Durch die hohe Druckeinwirkung werden jedoch die Dachziegel aufgeraut oder beschädigt. Zudem ist das Risiko eines Wassereintritts durch das Unterdach sehr hoch. Wir haben in den letzten Jahren eine günstige Alternative dazu entwickelt, welche vollkommen drucklos für ein sauberes Hausdach sorgt. Zuerst wird das Dach von großen Moosklumpen befreit und die Dachrinnen werden ausgeräumt. Danach wird das Dach lediglich mit unserem Reinigungsprodukt Dachmax Eco Plus eingesprüht. Dachmax Eco Plus ist biologisch abbaubar und auf jedem Dach einsetzbar. Bereits kurz nach dem Aufsprühen nehmen Algen und Mose das Reinigungsmittel auf. Das führt dazu, dass diese Organismen von innen heraus austrocknen und sich nicht mehr weiter vermehren können. Regen, Wind und Wetter erledigen den Rest. Im Laufe der nächsten Monate reinigt sich so das Dach von selbst. So wird das Dach nach und nach sauberer, ganz ohne Risiken und Kosten einer Hochdruckreinigung. Interessiert? Holen Sie sich jetzt Ihr persönliches Angebot. Dachmax – die Dachreinigung ganz ohne Hochdruck.